Wild und Hund Weitblick. Ihre neue Jagd-DVD. Diese Stelle hier ist typisch für die Rüttniger Heide und hier will die DBU versuchen, die Kiefern durch einen Mischwald zu ersetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde es ganz toll, dass die Wild und Hund das initiiert hat vor ein paar Jahren dabei, weil was wir selber gar nicht wussten, dass glaube ich fast 90 Prozent der Rotfuchsfälle früher weggeworfen worden sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020